So jetzt können wir loslegen ich komme ja schon übrigens Video läuft jetzt da warte macht ihr zu Vorsicht an die Spitze nicht angehen da bist du dort das sieht ja bald aus wie bei mir zu Hause komm mit bist du denn ach da nicht wundern auszuredenken ich hätte mal noch drei aber die sind alle dort was ist das denn ach ein Flugsaurier ach so ja da braucht man irgendwann mal einen Sattel auf den hab ich noch nicht mit drin erstmal der sah ganz komisch von hinten aus wir müssen nämlich erstmal ja die kann es auflassen hier passiert jetzt nichts dadurch dass ich ja zuhabe alles feste hast du denn hier ein Dampfbad wo das ist das sind die kühlschränke ach kühlschränke gibts auch schon mach mal auf einen mach mal den rechten auf siehst du das das vergammelt nicht das vergammelt dann nicht richtig das dauert viel länger da hast du da oben Spark Powder drin aber ja das ist Spark Powder bedeutet dass das ist die Behaltbarkeit mhm das kannst du herstellen wenn du dann geh mal mit geh mal den Mörser da hinten der da an der Ecke steht Kuhnermain so gibt's auch dort hinten rechts ja im Bett neben deinem Laufleistungsbett hier wenn du den dann antippst kannst du da drin ist Spark Powder mit Flint das sind ja die was du beim Stehenkloppen kriegst und Steine kannst du das herstellen und da brauchst du zum hier zum äh wie heißt dass das Zeug da bleibt fester so warte mal ich suche jetzt erstmal ein paar Klamotten dass ich die Klamotten machen kann wenn ich so frier hast das frier doch nicht nur weil ich unter dem Boxe hier rumstehe auch noch Heid äh wir haben kein Heid mehr fuck warte mal bin da irgendwo Heid drin nein nein ok dann mach ich das mal mach dir erstmal erst mal die normalen Klamotten weil die machen wir zwar fertig dann erstens mal was zum anziehen und wenn wir dann ein bisschen Heid haben gebe ich dir was hm so ich weiß da wird alles hin naja kann ich ja schon von dir ich drücke immer mal E E E E die Ruhe dauert immer ein bisschen länger so und hier noch gleich mal was zum schnabulieren so dann hast du hier noch eine Hacke oder? oder was falsch oder? wieder hast du ja was denn ich muss mir eine Wand ziehen hier ja so ist bis jetzt in Klamotten hast so na komm mal mit ich komme ach die Tür wurde zu ach jetzt soll sie zu ja weil wir gehen weg gehen sicher sicher soll ich noch abschließen? ne das ganze nur mit wenn du äh wenn jetzt ändern auf dem öffentlichen Server ist kannst du das mit dem PIN versehen ah ja doch mit IC Karte dann mh bis hin mit da wir gehen jetzt erst mal hier Richtung Wald wir hoffen nicht so schnell weil ich weiß nicht was jemand wir sind erst mal wo dort ja oh guck mal einstein das Mario Poppapisch zusammen mit Ehe wisst ihr mich wundert ein bisschen hochgeschraubt habe ich es aber das ist dadurch der ich alleine spiele kann man alle Büsche plündern? ja alles was du so hoch wächst den getrennt macht ja nicht so führen weil du hast noch nicht so das gewicht wo ich habe genug gewicht der wägel abnehmen es geht ein bisschen langsamer ja aber ich muss ich kann doch schon meine ersten sachen lernen ich muss erst mal gucken weil ich bitte mal ein schwein finde mir fehlt so eine übersichtskarte fehlt mir hier so ein bisschen wenn du m drückst ja da ist er wo du bist ja ich meine ja so eine art radar wo dass ich übersehe wo du bist was soll das ist alles drin haben sie noch nicht entwickelt ein paar blau bären schwarz bären das geht nicht mach ich merke so gerade auch nicht mit er jungen bambus bieger hier da alles was du jetzt zum beispiel er sieht also samen raus schmeißen brauchst du nicht die weißen trauken in den bären post auch nicht weißt du auch selbst zum blau die bär und gelb wollen wir mit pflanzen was kann ich damit mit dem sieht ja weder dann sonst habe ich nichts mit sieht gut selbst die schwarzen nebst du wieder auf die ist du nur nicht weil die brauchen für das narkotik blau rot gelb und niederheb auf weiß brauchen wir zu weisen und steine haushalten die brauchen nicht da gibt es genug ja ich meine mutter als ich hab schon doch nur dachtens anstrengung naja bei dir er hat die mit diesen müssen ist nämlich so viel wo ein dodo komm her ich brauche noch ein bisschen halt wo ist der den hau ich kaputt er hat immer ich war deutscher du darfst kaputt schlachten mit der lichter muss immer ein speer mein speergeil kaputt können wo ist nein so sind sie deine deine spitzhackern als deine axtiert ist man haust darauf auf das wie ein bis es nicht mehr ab ist weg reichen reichen mit der faust wird mehr spaß ab was hat jetzt bekommen ich habe fünfmal fleisch und irgendwie eine heide oder irgendwas heide ja das ist leder das braucht man immer an dem baum da an die bei mir drin an die zwei welche wieder links doch da die palmen ja aber warte gott schmeißt du mal noch was runter hier vor mir ich kann wie sagt das meint bloß eingepackt im winter die schieben auf zwei ja und jetzt machst du mal bitte holz und tätsch gehen wir mit erst mal mit dem mitten mit der spitzhack also mit dem mitten ich bin meist im jahr mit dem anderen das meint auf dass du zu zähne davon kriegst von dem tisch bis bis 13 das erste mal und 5 er ist es zu deinem denn ich stein kein teil und hast immer drauf und das meiste mehr her dass ich mir oder meine axt machen kann die droppt er das hätte ich auch ach so dass es auch haben er ist uns kann ich die nicht bauen oder sind es hier muss mich erschrecken warte mal wenn es mal leckt nicht wundern das ist normal oh der ist gleich dort gegangen wow wenn dich was komisch angrinst und 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 macht du wirst bescheid dann renn weg wenn du dort fertig bist bleib doch mal kurz stehen oder komm her am besten ich würde mal noch zwei sperre geben was ist denn eigentlich diese komische portal oder was ist das das da ist gut weinschnerren da sind fähigkeiten drinnen ja manchmal bauteile anderes zeug oder auch so eine blut dinger blut print heißen die da brauchst du die nicht erlangt da hast du das so warte kurz ich muss gucken wenn irgendwas ist und da gibt es ja gewisse levels wo du das machen darfst mhm und was drin ist oh oh das ist gut du ist kaputt guck mal her was ist das hier nimm mal nimm mal ja ich geb dir mal was jetzt äh die da die pfeil zu nehmen im inventar und jetzt gehen wir da machen wir ja und gehen wir auf das blutgründ drauf mhm was steht denn da jetzt was brauchst du da metall immer ich brauch nur einmal metall ja den rest habe ich gut komm mit da gehen wir zu hause ich habe metall dann hast du nämlich so eine metallachse die ist nämlich noch ein bisschen stärker äh spitzhacker ja wenn du das malz eckert klar das kann vorher ja 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 da habe ich mal nur Zwischenlocher gemacht ach so ja dachte wir angespült hier mhm das war schön ja 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 mal bitte bald was fressen ich wurde halt död bist du da? ja ich bin am baden aha erstmal schnell rin wenn ich das Tor dazu machen so jetzt geh rein ins Haus und zu dem Hochofen äh zu dem Backofen der da steht ach das Haus war ja hier Mauern sieht also gleich aus mhm so einmal also rinkeln nicht anmachen ja ja ich muss was merken dass ich das gedrückt halten muss und wenn du dann drinnen bist im Menü dann glaub ich mir einmal an Eisen richtig jetzt kann ich sie bauen na baust du dir fertig? nicht wieso baut er die nicht? hä? wieso baut er die jetzt nicht? äh ich will mal auf das Blutbrünn ne warte da musst du mitkommen warte 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 äh stell dich mal versuch mal hier das ist ein bisschen blöd gebaut das muss ich da ein tun ja ich kann nur wieder ein paar Fähigkeiten lernen ja warte mal ich muss mal ja ruhig du musst dich ein bisschen schräg entstellen dass du hier hochkommst bis das Klimb abkommt hier hinten hinter dir hä? da drüben an der Wand wo der Ofen steht du bist da draußen oh ne nein ich bin hier oben komm mal wieder rein ist das Stockwerk höher gegangen? ach da oben ja ja so und du musst dich schräg entstellen bis der Klimb absteht bisschen weiter zurück vielleicht ja so ein bisschen noch an den Ofen ran das ist ein bisschen blöd gemacht ich muss das ändern jetzt komm hoch dann gehst du hier an den an den Tisch und versuchst mal das Blueprint zu aktivieren äh warte ich stell dir ihn her warte ich mach's geht ja auch was passiert hier nicht warte 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 ich mach's dir ich brauch äh ein Holz ah das Holz hab ich ja warte warte ich mach's ja so ist drin die ganze drüben die ganze drüben nehm ich so die ganze drüben die Axt äh die Metall Axt die ist jetzt drüben ok so weil jetzt brauchen wir nämlich wieder Holz weißt du so hier soll's klappen ähm ne warte ähm ich mein der Metall brauchen wir jetzt wieder und das krieg ich entweder an der Berge da brauchen wir aber viel Zeug oder so oh scheiße das war unter der falsche Knopf fuck warte mal ich muss mir erstmal wieder hochpupilpuscheln ja so äh da bräuchte man ein paar Tiere aber man kriegt auch noch Metall wo hat das Terco mit so hier wird auch noch eine Schicht drauf kommen weißt du eine Holzschicht ja warte ich hole mir ein paar Bären gerade rein immer hier hoch auf den Tisch versuch mal draufzusteigen bisschen weiter rechts vielleicht ja meine Güte jetzt so jetzt siehst du ja mehr ne mhm ähm dort hinten irgendwo jetzt wenn du grad hinguckst da ist irgendwo ein Berg und dort ist Metall aber da wie gesagt braucht man Tiere und ich muss mir erstmal wieder meine Tierschen und ich habe nämlich einen Traik eine Schüttköte und ein Schwein aber da hinten rennt ein Schwein rum und was ist das für ein Hotel äh äh geschlossen ne die Berg der ne die Terbolist mhm wie Sam gesagt hat musst du Aufgaben erfüllen und dann kommt da ein Endgegner ein richtig starker ah ja aber da das dort nicht bist du da bin so wir gehen mal runter wir gehen mal dorthin da dort war kein Schwein traurig warte mal oder so ja ich muss die Leiter weg machen ja ich muss die Leiter weg machen so warte kurz ich komme was dazu äh bleib mal kurz hier versuch mal was wieviel habe ich denn narkotikpfeiler 5 knapp werden versuch mal mein Glück vielleicht kann ich ja den Traik überreden uns auf unsere Seite zu kommen allahs